Der New Work Award zeichnet Unternehmen aus, die Arbeit zukunftsweisend organisieren und neue Arbeitsmodelle in der Praxis leben. Eines dieser Unternehmen ist die Hermann Maschinenbau GmbH. Wir sind Hersteller von Bandsägen und Schneidsystemen. Wir sind 95 Jahre alt, ein Familienunternehmen in der dritten Generation geführt. Wir haben 45 Mitarbeiter aus sehr unterschiedlichen Fertigkeiten. HEMA hat sich in den letzten Jahren vom Anbieter für Standardmaschinen zu einem Unternehmen für Sondermaschinen entwickelt. Und so mussten aus Standardprozessen neue, innovative und flexible Arbeitsprozesse werden. Der Anstoß für diese Veränderung gab ein Großprojekt in Russland. Mit unseren Abteilungsstrukturen werden wir hier an Grenzen gestoßen. Die Lösung kam aus der IT. Agiles Projektmanagement, auch als Scrum bekannt. Passend für den Maschinenbau wurde ein flexibler Managementrahmen geschaffen. Also wir haben verändert, dass es bei uns keine Führungskräfte mehr gibt. Es gibt keine Abteilungsleiter, keine Meister mehr und die Teams müssen sich selber organisieren. Also wir haben bei uns eine tägliche Stehung in jedem Team, wo drei rituelle Fragen gestellt werden. Das heißt, was habe ich gestern gemacht, was mache ich heute und was hindert mich daran? Es ist für mich der einzig gangbare Weg. Der Weg, dass man die Mitarbeiter mit einbezieht, dass man mehr Verantwortung den Mitarbeitern überträgt. Und das macht auch Spaß, wenn man dann sieht, was auch an Potenzial und an Leidenschaft für die Firma und an Motivation dabei entstehen kann. Viele Dinge kann ich inzwischen abgeben, muss mich dann immer darum kümmern, weil wir eben die Selbstorganisation haben. Und das hilft uns dabei, dass wir einfach Freiraum haben für strategische Themen. Am meisten hat mich überrascht die Initiative, die von vielen Mitarbeitern kommt, wo man es nicht erwartet hätte. Das heißt, das Team sieht die Stärken der Kollegen oder Kolleginnen. Das heißt, durch die Stärkenorientierung im Unternehmen und Mitarbeiter das tun können, was ihnen gut liegt, sind sie wesentlich effizienter und nachher auch glücklicher. New Worker Award war für uns ein ganz großer Erfolg, eine große Bestätigung. Also zum einen die Anerkennung von außen, die wir bekommen haben, aber auch der Stolz der Mitarbeiter, der dadurch entstanden ist. Und ich kann nur jeden ermutigen, sich dort auch zu bewerben. Das Ergebnis der New Work Organisation? Keine Lieferschwierigkeiten mehr. Zufriedene Mitarbeiter und der Jurypreis des New Work Awards 2015.